Und als sie Geld hatten und als sie nett waren und ihr Kragen war auf Werktagsrein und als sie wussten, was sich bei einer Lange schickt, da sagte ich ihnen, nein. Und ich blieb ganz allgemein, ob es schien im Mund die ganze Nacht und es war das Mordemuch und Lustmacht, aber nein, da konnte nichts sein.